Ja hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Pokémon Folge. Ja, nach dem letzten Mal habe ich meine Pokémon ein bisschen hoch trainiert, ein bisschen ist gut. Ich habe alle meine Pokémons auf Level 30 trainiert, also die vom Team nicht komplett alle. Und ich habe auch wieder einige Pokémon unterwegs gefangen und mit einigen meine ich auch einige. Ich habe mich übrigens hier oben hingestellt, damit die Pokémon da unten mich in Ruhe lassen. Hier ist eine TM, die muss ich noch mitnehmen, Sandsturm. Die M's habe ich auch einige off-Sklinge gefunden, also ich habe wirklich mal die Karte ein bisschen erkundet. Und ja, ich kann über die Pokémon-Box allein zeigen. Ich habe 12 Pokémon, 13, wenn man bei Waggon die Vorwinkel noch mitseht, euch vorzulesen. Ich würde mal sagen, 5 übernehme ich, 4 übernimmt Noah und 4 übernimmt Trimm. Und ansonsten fange ich diese Folge keine Pokémons. Zumindest versuche ich es. Ich sage euch jetzt schon mal, dass die Folge wahrscheinlich ein bisschen länger wird. Weil ich versuche, die Pokémon-Vorlesezeit davon abzuziehen. Stellt euch darauf ein. So, als allererstes hätten wir hier Manguspektor. Manguspektor, das Beschattungs-Pokémon. Spuren mit potenzieller Beute beharrlich zu folgen, ist seine Spezialität. Sie jagt aber ungern Raffel, da sie ihm keine Herausforderungen bieten. Oh, der Junge will Herausforderungen. Als nächstes haben wir Traumato, das Hypnose-Pokémon. Wenn es mit seiner großen Nase zuckt, kann es feststellen, wo jemand schläft und was er gerade träumt. Bitte bleib aus meinen Träumen raus. So, als nächstes haben wir Luxio, das Funken-Pokémon. Verbindet es seinen Schweig mit dem eines Artgenossen, können seine Kallen noch heftigere Stromstöße austeilen. Das will ich hier ehrlich gesagt nicht sehen. Hier haben wir Magnetilo, das Magnet-Pokémon. Es bewegt sich schwebend. Seine Magnete an den Seiten senden unter anderem elektromagnetische Wellen aus. So, und hier ist Molli Morba, das Glotz-Pokémon. Die schleifenförmigen Fühler, mit denen es seine Zischo-Kräfte kontrolliert, sollte man nicht berühren. Da es sonst heftig zu weinen beginnt. Och, das arme Pokémon. Jetzt bin ich dran richtig? Zuerst hätten wir hier Frubaila, das Obst-Pokémon. Es hüpft fröhlich durch den Wald. Zerreibt man die von ihm abgefallene Schale, kann man daraus Medizin gewinnen, die Bauchschmerzen lindert. Das ist Clonk-Cat, das Kohle-Pokémon. Bruchstücke der Oberfläche dieses Pokémon, die altersbedingt herabfallen, werden seit jeher als Brennstoffersatz für Steinkohle verwendet. Hier haben wir auch direkt Clonk-Cats Entwicklung-Waggon. Der Kohlehaufen auf seinem Rücken zerfällt selbst bei sehr schneller Fortbewegung nicht, was an dem Teer liegt, den es darin produziert. Nor ist das süß. Flötte das Einblütler-Pokémon. Es tauscht mit Blumen über die Wellenlänge ihrer Farben Kraft aus. Dieses Exemplar ist mit der Wellenlänge der Farbe Blau synchronisiert. Sodrim aufwachen, jetzt bist du dran. Was heißt hier, wach auf, ich bin doch die ganze Zeit wach. Hier hätten wir Barschhoff, das Grobheits-Pokémon. Über die rotlinige Form. Es ist so brutal, dass man es Rauli des Flusses nennt. Dennoch wird es biswein von Pokémon wie Heraschai und Adibum als Beute gejagt. Als nächstes haben wir Blutzuck, das Insekten-Pokémon. Seine Augen setzt es als Radar ein, damit es im Dunkeln aktiv sein kann. Aus ihnen kann Blutzuck auf Strahlen schießen. Hier ist Garno-Wild, das Wüsten-Koko-Pokémon. Es vergräbt sich im heißen Wüstenblatt, um nicht auszukühlen. Er frisstet sein Leben im Verborgenen. So, und als letztes haben wir Schlurm, das Regenwurm-Pokémon. Es lebt in trockenen Wüstengebieten, wo es den im Boden geanthaltenen Eisenanteil konsumiert. Und sein Metall im Körper instand zu halten. So, Shining, wir haben für heute keine Lust mehr. Mach du weiter. So, das war jetzt eine schwere Geburt, alle vorzulesen. Aber wir haben alle vorgelesen. Dann bedanke ich meinen kleinen Kameraden hier, dass sie mir ein Teil abgenommen haben. Bei Schlurm muss ich nochmal sagen, ne? Ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass das zumindest auch noch ein Käfer-Pokémon ist. Und nicht nur ein Stahl-Pokémon. Also, das war halt übrigens genau da, wo auch der Herrscher war. Genau dort war es auch. So, dann gönne ich mir noch. Und hier oben ist bestimmt ein Gespenst. Ich war ja noch nicht auf dem Turm. Bin nur an dem vorbeigelaufen. Ich habe auch viele Trainerkämpfe unterwegs gemacht. Boah, geht der Turm hoch? Gibt es noch eine Ebene? Da ist mein Gierspenst. So, wen lasse ich denn am besten gegen dich ankämpfen? Affiti. Vielleicht ist es ja besser als mein jetziges. Das Schatztum-Pokémon. Die Tonform. Es gibt noch eine andere Form. So, ich habe demnächst immer eine Aufgabe. Ich mache das übrigens so, wenn ich oft gegen ein paar Pokémons fange, dann tue ich die immer absichtlich in die hinteren Boxen, damit ich mir das für die nächste Folge immer merken kann. Also, keine Sorge, ich vergesse da nie eins. Muss jetzt halt nur einmal kurz in den Boxen hier wieder zurückgehen. Äh, Lokoko, komm mal an die Spitze. Ich gebe dir mal die Bonbons, die wir hier bekommen haben. Eventuell kommst du ja jetzt auf Level 36. Ja, Entwicklung voraus. Es gibt doch noch einmal eine Vorlesung. Die werde ich aber übernehmen. No, Koko, dein Bein steigt in der Wand. Skill-Logrock. Skill-Logrock, das Sänger-Pokémon. Sein sanfter Gesang beruhigt die Seen all derer, die ihm lauschen. Feine verbrennt es mit 3000 Grad Celsius heißen Flammen zu Asche. Mit 3000 Grad? Das ist ja mal richtig bescheuert. Loder-Lied. Na gut, das ist ja eine spezielle Attacke wahrscheinlich, ne? Oh. Das ist eine sehr tolle Attacke tatsächlich. Ich nehme nur statt dem hier, statt Nitro-Ladung. Das kriegt auch direkt AP plus, das Loder-Lied. Könnte den anderen jetzt noch Sonderbombons geben, aber ich lasse die lieber so auf Level 36 kommen. Die sind ja auch knapp vor der Entwicklung. Im Übrigen, für die, die das überspringen wollten, hatte ich logischerweise auch eine... Du willst jetzt nicht vor mir explodieren, oder? Äh, habe ich einen Zeitstempel gemacht, falls ihr das überspringen wolltet. Hier habe ich dich übersehen. Ich will mal das Loder-Lied sehen. Das sieht ja geil aus. Und Diktri. Ich will jetzt aber eigentlich kein weiteres Pokémon mehr heute facken. Ich musste jetzt heute schon genug vorlesen, beziehungsweise vorlesen lassen. Ja, und Noah und Tremu reichen schon Beschwerden ein. Wo will ich denn überhaupt hin? Da muss ich jetzt mal auf der Karte gucken. Da waren wir uns ja letztes Mal noch uneinig. Genau, da wollen wir jetzt als nächstes hin. Zum Gift-Team-Orden. Wo ich aber erstmal... Nee, hier zu Pinchores. Die richtigen Erkundungen von den Gebieten mache ich immer aufs Green, Leute. Also es ist jetzt auch nicht so interessant. Tatsächlich. Das ganze Gebiet hier abzugrasen. Und das auch nur für TMs und so weiter. Ach, warte, eine Sache kann ich euch noch zeigen. Jetzt habe ich auch aufs Green gefunden. Da war ich baff, dass ich das zufällig an der Wand kleben habe sehen. Hier, das Klippe. Guckt es euch mal an. Ich habe einen Shiny-Klippe gefangen. Das hat bei mir einfach an der Wand geklebt. Da habe ich es mal gefangen. Ich dachte, das wollt ihr vielleicht mal wissen, dass ich auch mal endlich einen Shiny-Pokémon habe. Leider nicht Onscreen, aber ich habe einen Shiny-Pokémon. Warte mal, hier auf dem Gipfel ist ganz bestimmt was. Da ist ein Voltoball. Ja, das hier war klar, dass hier was liegen muss. Drachenrute. Oh, wie geil. Hey, ich habe es nicht mal berührt. Die Hitbox von Schlom ist merkwürdig. Ach, bin ich ein Geister-Pokémon? Das habe ich gar nicht gesehen. Lol, es ist noch zusätzlich ein Geister-Pokémon. Skelligrok ist einfach ein Geist. Das ist geil. Gegen zwei Typwürste bin ich jetzt immun. Also bei Logroko. Äh, das ist Gele-Krog. Ich muss mich hier wieder an den neuen Namen gewöhnen. Das ist ein Pokémon-Sender. Das nehmen wir erstmal mit. Wui! So. Da hinten wollten wir aber eigentlich hin. Oder ist dort schon das Versteck von den Giftmitgliedern? Ich glaube, hier ist schon das Versteck. Ne, dann gehen wir da jetzt zuerst hin. Das machen wir jetzt an heute. Nur kurz überlegen, wen schicke ich denn da am ehesten in den Kampf? Ach, Feti und Sedisal wären halt am besten. Nun, äh, Skelligrok wäre auch noch im annehmbaren Bereich. Na dann, let's go. Hab ja schon gesagt, die Folge wird heute wahrscheinlich länger. Bin ich gewachsen oder sind sie geschrumpft? Rival? Äh, warum ist das so wichtig? Was für eine Sache. Ja, das ist doof. Mobbing ist immer doof, Leute. Wenn ihr seht, dass jemand gemobbt wird, äh, setzt euch dagegen ein. Äh, waren wir schon. ар doch gerade wahrscheinlich an nein hier ist niemand Ok Rein da, würde ich sagen Hm, warum will der den treffen? Ich gehe mal näher ran Warum bin ich jetzt ein Clown? Das ist ein Überfall! Ok Ok Mach dich fertig Laszlo Ach, ein Schlupfuck Wie niedlich Lehmschuss Oh, es hortet Hm, was könnte ich da nur machen? Vielleicht pökeln? Ach, es heizt sich damit nur Ja, pökeln war eine gute Idee Oh, kannst mir gar nix Schlupfuck Die Musik hier ist ganz cool So, Lehmschuss sollte ausreichen Haha, hat keine Wirkung Ich bin gegen euer Gift gewappnet Nicht, Kanone Easy Ein Sproxy Ich hab mal Fiti Ich hab mal Fiti Los Es geht Es geht Lok Ich muss mich an den Namen gewöhnen Der ist doof auszusprechen Los, mein Sänger Sing ist weg Halleluja Das ging doch schnell Tja Das ist eine gute und weise Entscheidung Oh, Riolo entwickelt sich Endlich hab ich ein Locario Locario Das Aura-Pokémon Ein trainiertes Locario Kann mithilfe seiner Aura spüren Welches Lebewesen sich in 1km Entfernung aufhalten Und was sie empfinden Ja, mein Locario, Leute Und wir haben endlich die Aurasphäre Auf die warte ich schon die ganze Zeit Weg Vakuumwelle Ne, weg Konter Würde ich eher sagen Weg Konter Konter ist echt, äh, doof Würde nicht Okay 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 Wenn ich mir die Folgenlänge angucke Machen wir das aber erst beim nächsten Mal, glaube ich Die Wache Das war doch keine Wache Die, äh, 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 C-Bundle Ja, Gift-Mitglieder Ja, wie gesagt, das machen wir nächstes Mal Das würde ich nicht jetzt machen Ja, Leute Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Part Wenn ja, Abo und ein Like da lassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020